Herzlich Willkommen bei Lebenswasser der Kühe! Wir hören Mood-Sendag. Mood-Sendag gibt drei verschiedene Redner. Unsere Kühe gibt uns die Mood. Sie bringen eine Karte und eine neue Botschaft. Sie merken uns die Mood als Lebenswasser der Kühe. Einer von den Rednern ist Dr. Pana. Dr. Pana hat die Rede von der 2024 ist ein wichtiges Jahr. Hier in Mexiko wird ein Nier-Präsident gewählt worden. Wir haben ein großer Eindruck, wo wir in diesem Land leben. Wir haben ein Wohl. Wir können für zwei verschiedene Kandidaten wählen. Oder wir können wählen, die wir vielleicht nicht wählen. Das ist unsere drei Optionen. Wir können für die andere Person oder für die andere Person. Oder wir vielleicht nicht wählen. Wir haben noch zwei Wohl, die wir können merken. Und wenn wir wissen, was uns wählen und in unserem Leben, wir können entweder wählen, wir können Jesus wählen, oder wir können den Fiend wählen, um ihn herum zu gehen. Aber wir haben eine kleine Faschen, wo wir in unserem Leben hier leben, wo wir in unserem Leben leben. Wir können nicht nicht wählen. Wenn wir nicht wählen, dann sind wir automatisch, dass wir den Fienden herum zu gehen. So es gibt bloß zwei Optionen, was wir können wählen. Entweder Jesus oder nicht Jesus. Und Matthäus redet von dem Bild, dass du erst eine Bräder weg bist, und du erst eine Schmöller weg bist. Und so wir wählen uns in Schmöller weg, wo nun der Himmel landet. Und das ist bloß durch Jesus Christus. Und das ist ein ansonsten Geschenk, wenn wir Jesus Christus annehmen wollen. So auch mal über das Motto sprechen. Das ist die wichtigste Entscheidung, die wir in unserem Leben nehmen können. Wer wir Jesus hängen herum gehen, oder wer wir Jesus nicht hängen herum gehen. Und noch mehr ein Ändernis, wo wir unsere Ewigkeit wollen leben, wo wir unsere Ewigkeit wollen vollbringen. Und sag mal, wir müssen das Motto sprechen mit diesem Wort. Wenn du noch nicht hast, die Entschätzung von Jesus nun folgen. Erstens nach dir, Jelena, die kannst du von dir kommen gehen. Jesus starf von dem Krieg, für deine und für meine Sinn. Und noch eins, was wir brauchen, ist am annehmen, am hängen herum gehen. Und das ist ein Geschenk. Und sonst, wir können alle Ewigkeit mit einem Topf im Himmel sein. Sag mal, wir müssen das Motto sprechen. Das ist ein Wohl, das ist ein Wohl, das wir mit uns leben können. Was wir wollen, Jesus Christus hängen herum zu gehen. Wenn ihr das Video gefallen hat, dann würde ich like eine Aufmerksamkeit auf Facebook, subscribe eine Aufmerksamkeit auf YouTube, check das Video an mit deine Freunde und Familie, und wir sehen uns nächste Woche.